Ja hallo lieber Filmfan und Sammler, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem weiteren ausführlichen Unboxing Video inklusive Bildvergleich hier auf meinem kleinen YouTube Kanal. Ja du hast richtig gehört, auch in diesem Video habe ich mir wieder die Zeit genommen und die Mühe gemacht ein paar Datenträger miteinander zu vergleichen. Natürlich folgt das dann an entsprechender Stelle noch detaillierter, deswegen gehe ich jetzt nicht hier in der Einleitung da explizit drauf ein. Viel wichtiger sind jetzt erst einmal die Informationen, die bereits hier für dich im Bild eingeblendet sind und wichtig zu erwähnen, was du auch dann gleich sowieso sehen wirst, ist natürlich, dass Just Bridge Entertainment mir auch dieses Mal wieder das Mediabook für das Video hier zur Verfügung gestellt hat. Vielen herzlichen Dank an das ganze Just Bridge Entertainment Team, dass sie mir diese Möglichkeit geboten haben. Ansonsten vergiss nicht unter dem Video mal die Infobox abzuchecken, da findest du alle weiteren wichtigen Informationen, die unter anderem auch hier bereits eingeblendet waren. Und das wäre es zur Einleitung von meiner Seite aus. Ich wünsche dir nun viel Spaß im Anschluss mit dem Unboxing Part. Ja ihr Lieben und los geht es nun mit dem Unboxing Part zu. Meine Stiefmutter ist ein Alien im Mediabook aus dem Hause Just Bridge Entertainment. Und wie üblich bei Just Bridge Entertainment, ich halte mal hier die Hand davor, haben wir hier ein Klebepupel und hier oben noch ein. Wurde das Ganze auf der Rückseite hier befestigt das Datenblatt und wir beginnen natürlich mit dem selbigen als erstes. Das ist ziemlich wabbelig, aber naja gut, egal. Ihr seht schon von der Aufmachung her hat man sich hier ein wenig Mühe gegeben und das Ganze etwas grafiklastiger doch versucht zu gestalten. Wir haben hier im Hintergrund ein sehr schön eingearbeitetes Artwork, wirklich sehr schick. Hier daneben ist dann der Beschreibungstext, wenn ihr noch nicht wisst worum es in dem Film geht, gerne pausieren und durchlesen. Dann haben wir hier ein paar Angaben, also hier ein bisschen Blabla, Werbung und so weiter in dem roten Rahmen. Dann geht es hier weiter mit den obligatorischen Sceneshots und ich muss sagen, ja doch kann man machen. Bis auf das letzte hier sind die eigentlich ganz gut gewählt. Dann haben wir hier unten mit diesem roten Rahmen oben drüber hier die Angaben zur Blu-ray Disc und DVD. Ihr könnt auch hier gerne wieder, falls das zu schnell gehen sollte, das Video pausieren, euch das in Ruhe durchlesen. Dann haben wir hier noch den ERN-Code und die Gegenseite ist schneeweiß. So und nach einem kurzen Cut schauen wir uns natürlich nur noch gemeinsam das Mediabook an. Ja und wie bereits angesprochen geht es nun jetzt an der Stelle um das Mediabook. Und ihr seht schon auf der Front dieses wunderschöne Kino-Plakat-Motiv. Das Ganze ist in Matt-Optik gehalten, fühlt sich sehr sehr kuschelweich an und ich finde das Motiv ist sehr gelungen. Und ja von der Umsetzung ist das natürlich auch sehr gut geworden. Auch wenn wir hier ganz nah rangehen, sieht man hier bei Kim Basinger die Haare noch sehr fein. Und wunderschöne kleine Details sind dann noch deutlich erkennbar. Ich neige das mal hier so in die Schräge, da kann man es gut sehen. Auch hier der Übergang zwischen den Haaren zum Weltall hin ist wirklich sehr sehr schick. Kann sich definitiv sehen lassen. Auch den Acroid hier sieht man hier noch so feine kleine Details in den Haaren. Ein wirklich sehr hochauflösender Druck wie ich finde. Und wie gesagt sehr sehr schön umgesetzt. Das einzige was mich so ein klein wenig stört ist dieses Logo-Geklatsche hier. Denn, und jetzt kommen wir natürlich zum Spine, der ist eigenständig. Sehen wir hier mit dem blauen Hintergrund haben wir ebenfalls nochmal die Logos hier unten in der Ecke. Der ganze Marathon. Man hätte hier oben vielleicht noch ein kleines Bild machen können. So eine Miniatur von dem Frontmotiv oder von Kim Basinger hier drauf. Das wäre vielleicht auch noch cool gekommen. Ansonsten ist das hier handelsüblich von der Sache her. Nichts weiter Aufregendes. Meine Stiefmutter ist erinnnend. Der Filmtitel und die Logos wie gesagt unten. Und die Rückseite. Ja gut, es ist ein Motiv da, aber es ist, ja sagen wir mal, ziemlich aufgeräumt. Wir haben hier großflächig, sag ich mal, im dreiviertelsten Teil des Mediabooks einen sehr 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 schönen Blauton, kann ich nur sagen. Ansonsten haben wir hier in dem Part so einen ganz dezenten Übergang in das Weltall. Und natürlich hier ganz offensichtlich das Raumschiff hier aus dem Film. Und ich finde, das Motiv hier oben im oberen Bereich ist wirklich gut umgesetzt. Das hätte man gerne hier irgendwie noch ergänzen können. Meinetwegen nochmal das Motiv hier hinten drauf oder ein anderes von Kim Basinger. Da gibt es ja auch noch ein Motiv, wo Kim Basinger hier in der Mitte steht. Oder links und rechts, dann ist hier oben ein Ufo. Das kennt ihr von meinem Thumbnail. Da ist dann dieser Schein runter. Das hätte man gerne hier als Plakatmotiv, als Alternative noch hinten drauf machen können. So ist es doch, wie gesagt, ziemlich leer ausgefallen hier. Und wir haben hier einen deutlich sichtbaren Knick oder Falz. Ich erwähne das hier an der Stelle, weil es hier relativ deutlich zu sehen ist. Für diejenigen unter euch, die das mögen oder eben nicht. Ihr wisst Bescheid. Und von der Mediabookstärke her ist das wieder einmal handelsüblich. Da gibt es demnach keine bösen Überraschungen. Zwei unaufdringliche kleine Plastik-Trays. Und auch hier die Verarbeitung etwas wabbelig, muss ich sagen. Aber dennoch gibt es hier auf jeden Fall Schlimmeres. Das ist wirklich ein grundsolider Standard. Ihr seht auch, wie dick die Pappen geworden sind. Es ist auf keinen Fall eine Billigverarbeitung, sondern wirklich ein grundsolider Standard, kann man sagen. Und nachdem wir uns das Ganze jetzt von außen angeschaut haben, werfen wir natürlich noch einen kurzen Cut-Einblick ins Innere. Ja, und weiter geht es nun, wie bereits eben angesprochen, mit dem Innenleben des Mediabooks. Und auf der linken Seite haben wir hier die DVD mit diesem Disk-Design. Und nein, ihr seht nicht doppelt. Wenn ich das hier umschlage, haben wir hier drüben die Blu-ray mit dem gleichen Motiv. Hätte man gerne hier ein anderes Motiv draufdrücken können. Der gute Stanley von Stanleys Filmzimmer. Grüße gehen raus an dich, lieber Robert. Hatte das auch schon angesprochen. Da hat man dann so ein wenig Verwechslungsgefahr. Ja, wenn man hier das Blu-ray-Disk-Logo übersieht und wundert sich, warum das Bild so weich ist. Ja, gut. Hätte man anders verdrucken können. Aber ich merke gerade hier, der Druckpunkt, der ist richtig hartnäckig. Wie sieht es hier drüben aus? Ist der Nupsi auch ziemlich... Ja, gut, hier geht es noch. Also es ist halt hier diese handelsüblichen Plastik-Nupsis. Passt da höllisch auf, dass ihr euch diesen Bipus da nicht abbrecht. So, und jetzt schauen wir uns mal den Innendruck an. Das ist hier eine Anlehnung an das Rückmotiv. Wir haben hier das Weltall oben, die Galaxie, wie auch immer ihr es nennen wollt. Das geht nahtlos über in die erste Seite des Booklets. Hier haben wir dann auch wieder groß den Filmtitel und das UFO. Auf der Gegenseite, wie sieht es da aus? Da haben wir hier nochmal das, was ich meinte. Diese Szenen, da haben wir hier dieses UFO. Der Strahl geht nach unten. Und da haben wir hier drüben die Charaktere drauf. Ihr kennt bestimmt das Poster. Und ja, wir machen jetzt weiter an der Stelle mit dem Inlay. Wir haben zumindest eins. Auch hier geht es über von der letzten Seite des Booklets in das rechte Tray. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Plastik-Trays hier glasklar sind, kann man hier gut durchsehen. Man sieht natürlich deutlich hier, dass es nur so bis zur Hälfte geht. Dann kommt wieder dieser Blauschein. Das haben wir hier drüben dann eben genauso. Man könnte jetzt auch noch diesen machen. Das macht auch noch irgendwo Sinn. Es ist, denke ich mal, sogar übergehend. Schaut mal hier. Ich weiß nicht, drückt das jetzt der Schein oder ist das... Könnte sein. Es sieht jedenfalls auch so alleine, wenn man das nicht so mit dem Booklet betrachtet, dennoch richtig schick aus. Und apropos Booklet, wie ist das Ganze untergebracht? Ihr seht schon, wir haben hier keine Zwischentrennstege. Das heißt, das Booklet ist, wie man unschwer hier unten erkennen kann, deutlich geklebt. Und natürlich zweimal getackert, ganz klar. Ich hoffe, man kann es hier oben nochmal erkennen. Ansonsten drehe ich das hier nochmal um. Dann sieht man es vielleicht von der Seite aus nochmal. Hier sieht man die Tackernadeln. Und so ganz klein, fein nochmal die Reflektion des Klebers. Also nicht gerade das Stabilste, muss ich sagen. Leider, es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man das hätte lösen können. Aber von der Sache her ist das jetzt hier kein Kulturschock, sag ich mal. Ja, und nach einem kurzen Cut kümmern wir uns last but not least noch um das Booklet. Ja, und wie bereits eben erwähnt, kommen wir zu guter Letzt noch zum Booklet. Das ist auf sehr, sehr glatten und teilweise so ein bisschen leichtkirnigen Papier. Merke ich gerade, wenn ich hier ein paar Mal drüber streiche. Aber generell ist es sehr glatt und in Mattoptik gehalten. Ich muss mal kurz schauen, wie es aussieht mit der... Äh, ja, nee, wir haben das Problem halt leider wieder. Wir haben ziemlich dünnes Papier. Wenn hier Licht drauf knallt, sieht man die Rückseite durchschimmern. Beziehungsweise man hat auch hier und da jetzt... Ich stehe unter drei Flutscheinwerfern, ihr wisst Bescheid. Da sieht man es nicht mehr so ganz genau. Aber bei normaler Zimmerbeleuchtung fällt es dann doch schon auf, dass dann die Gegenseite hier, weil es halt so etwas kontraproduktiv ist, hier Text, hier auf der Seite weiß und dann schimmert das halt eben durch, wenn das Papier zu dünn ist. Ja, die äußere Seite ist etwas stärker, die anderen Seiten sind halt etwas dünner gehalten und die Rückseite hier ist dann wieder etwas stärker von der Papierart her. So, das Booklet ist übrigens, sagen wir mal, gut in der Waage zwischen Bild- und Textanteil. Wir haben hier eine etwas, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Designentscheidung. Wir haben Motive, die sind jetzt mit Ausnahme von diesem hier durchwachsen. Das ist eines der besseren Motive, so würde ich es jetzt mal betiteln. Die Texte sind gut geschrieben vom Schriftstil her, die Absätze gut gewählt. Man hat da keine Ermüdungserscheinungen. Ihr seht, großzügige Absatzblöcke. Wunderbar und hier ist das, was ich meine. Hier oben so ein Viertelteil, hier so ein Bild, hier noch Text. Es wirkt etwas, naja, ich weiß nicht so, wir müssen jetzt Design machen und wie machen wir das? Es kommt etwas befremdlich rüber. Es ist hier kein Totalausfall, will ich damit jetzt nicht unterstellen. Aber es ist halt nicht irgendwie, ja, ihr merkt schon hier das Foto, dann hier so ein Streifen. Und das wirkt so abrupt, so unterbrochen, so nicht fließend, würde ich mal sagen. Hier ist wieder ein Bild, das ist, ja gut, ziemlich weiß verstrahlt. Die Bilder sind, hier ist es ein schönes Doppelmotiv, auf jeden Fall. Aber man hätte hier nochmal nach Photoshopen müssen, ein bisschen die Lichter, die Kontraste, alles ein bisschen angleichen. Weil es wirkt auch ziemlich überstrahlt in den Gesichtern, als wenn man einfach nur aus der Scheibe, also aus der Disc, was rauskopiert hätte. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber es kommt halt wirklich so rüber. Hier hat man es wieder, dieses Unterbrechen. Man hätte doch diese Galaxie von mir aus hier in den Hintergrund machen können. Wenn man die Texte mit Kontur versehen oder Schatten und das hervorzuheben oder weiß, dann, ihr seht es ja, das funktioniert. Hätte man die Galaxie reingemacht, die Texte weiß und großzügig vom Schriftgrad, hätte das auch gepasst. Wir haben so kleine Spielereien hier mit dem Stern, der hier so in den Text, also in die Textelemente so zumindest annähernd übergeht. Hier wieder ein Bild, da sieht man, das Brautkleid ist stark überbelichtet, leider. Oder ich kann auch hier machen, was ich will. Es wird nicht besser. Aber das Motiv, was man hier, nicht nur das, sondern auch die anderen, die man sich hier ausgesucht hat, die sind wirklich schön. Hier die Szene, wo der Wund auf dem Dach war. Es ist wirklich schön gemacht. Man hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie man das designtechnisch hier an den Mann bringen kann oder an die Frau. Und ja, wie gesagt, hier noch dieser Trenner drin, es wirkt irgendwo nicht so fließend. Es ist, wie sagt man das, homogen, das ist das Wort, was mir jetzt entfallen ist. Es wirkt nicht homogen, es ist nicht einfach so übergehend, nahtlos, dass man so eine Kontinuität da drin hat. Das ist halt so ein bisschen suboptimal. Das ist wieder eine schöne Szene. Und das ist auch gleichzeitig die letzte Seite. Das haben wir eben schon gesehen. Ich gehe trotzdem nochmal nah ran. Das ist hier das Ufo. Hier unten dann Credits, bla bla. Und somit wären wir durch mit dem Booklet. Ein grundsolider Standard. Wie gesagt, hätte man gerne noch ein bisschen designtechnisch etwas besser ausarbeiten können. Ansonsten bin ich hier eigentlich relativ zufrieden. Wie auch gesamt mit dem Media Book. Mit so ein paar kleinen Mankos könnte man sagen. Dann mache ich eben diesen hier. Dann denke ich mir das schön. Es ist wirklich für den Kaufpreis eigentlich ein sehr solides, empfehlenswertes Media Book, würde ich sagen. Und klar, die Scheiben HD schlagt auf jeden Fall zu. Für den Kaufpreis geht das klar, meiner Meinung nach. Ansonsten wären wir jetzt durch mit dem Unboxing-Part. Und ich möchte euch bitten, noch bis zum Outro dran zu bleiben. Denn das kommt nämlich jetzt. Ja, ihr Lieben. Und bevor wir nun endgültig zum Bildvergleich kommen, möchte ich noch kurz diesen Disclaimer hier vorweg schicken. Und mich speziell jetzt auf diesen zweiten Absatz fokussieren. Das ist nämlich das Wichtigste. Ihr solltet bitte bedenken. Auch wenn die Bilder hier verlustfrei auf meinem PC existieren, muss ich die natürlich in mein Videobearbeitungsprogramm reinladen. Das Ganze dann umwandeln. Dadurch findet eine gewisse Form von Komprimierung, Schrägstrich Verschlechterung statt. Auch wenn sie nur ganz filigral ist, das passiert definitiv. Und dann kommt noch hinzu, dass ich das natürlich bei YouTube hochladen muss. Da passiert eben genau nochmal das Gleiche. Also erwartet hier keinen 100% Vergleich. Das dient hier als grobe Orientierung. Und ich hoffe trotzdem, dass die Bilder noch genau das zeigen, was ich dann auch besprechen werde. Und dass ihr dennoch einen guten Vergleich dann bekommt von mir. Ja und was natürlich sehr relevant und wichtig ist für einen Bildvergleich, sind selbstverständlich die Medien, die ich miteinander verglichen habe. Und in diesem Fall wird sich das wie folgt abspielen. Das erste Bild, was ihr zu sehen bekommt, ist die DVD von Columbia TriStar, die ich noch in meiner Filmsammlung hatte. Danach blende ich um auf die DVD von Just Bridge Entertainment. Das ist die aus dem Media Book. Und dann kommt natürlich noch die Blu-ray Disc von Just Bridge Entertainment. Und last but not least, dann nochmal eine Überblende zur Columbia TriStar DVD. Ja und los geht es als erstes mit der Columbia TriStar DVD. Achtet bitte mal direkt bei dem Übergang auf das Color Grading. Da seht ihr schon den ersten deutlichen Unterschied zur DVD von Just Bridge Entertainment. Und da kommt auch schon ein ganz kleinen Tick mehr Schärfe rein. Das sieht man bei der roten Lampe. Und jetzt, wenn die Überblendung zur Blu-ray Disc kommt, sieht man zum Beispiel bei der Brülle bei dem einen Charakter oder auch hier wieder beim Lampenschirm deutlich, dass da so einen ganz kleinen Tick mehr Schärfe dazukommt. Und jetzt nochmal der krasse Vergleich zur Columbia TriStar DVD. Da sieht man ganz deutlich nochmal die Unterschiede in Farben, Kontrast und Helligkeit natürlich. Ja und bei diesem Bild kann man gut sehen, dass Columbia TriStar so einen leichten Rotstich hatte. Und das fällt natürlich sehr gut ins Gewicht, wenn wir jetzt umblenden auf die DVD von Just Bridge Entertainment und auch das Garagentor rechts im Bild. Da sind so ein paar Artefakte gewesen. Die sind eben bei der Überblende verschwunden. Und jetzt kommt noch bei der Blu-ray von Just Bridge Entertainment ein wenig Schärfe hinzu. Da ändert sich nicht mehr sonderlich viel, außer das leichte Filmkornrauschen bei dem Garagentor rechts. Und jetzt nochmal der krasse Vergleich mit diesem schon penetranten Rotstich, könnte man sagen, bei der Columbia TriStar DVD. Und das sind so die markanten Unterschiede. Ja und somit wären wir durch mit dem ausführlichen Unboxing-Video zu Meine Stiefmutter ist ein Alien aus dem Hause Just Bridge Entertainment im Mediabook inklusive Bildvergleich. Was für ein langer Satz. Ja, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Anschauen des Videos und konntet die eine oder andere Info für euch aus dem Video herausziehen. Und vergesst nicht euer Feedback mir in die Kommentare zu schreiben. Und falls ihr nicht zu viel Zeit haben solltet, dann ist das natürlich kein Beinbruch. Ihr könnt dem Video selbstverständlich auch gern ein kleines Däumchen nach oben geben. Das hilft mir an der Stelle natürlich genauso viel weiter. Ansonsten vergesst nicht die Infobox unter dem Video abzuchecken und noch viel wichtiger, natürlich diesen Kanal zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan haben solltet und unbedingt das Glöckchen dabei bimmeln, um kein weiteres Video mehr von mir hier auf YouTube zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei all denjenigen, die das Video komplett angeschaut haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr hier reingeklickt habt. Euer MovieFan1982 bedankt sich fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.